Was gebe ich von mir? Wie möchte ich meine Personal Brand überhaupt gestalten? Brauche ich ein Investment oder kann ich den eigenen Weg ohne Investoren geben? Einen schönen Abend hier aus Barcelona im Superstab Adventure Camp. Der Tag hat heute mal wieder begonnen mit einer guten Coworking Session. Und da die Sonne so gescheint hat, haben wir uns gedacht, wir machen heute den Workshop von Anastasia zum Thema Reverse Mentoring und Investieren am Strand. Deshalb sind wir einfach mal losgefahren und haben uns in den Sand gesetzt. Und was die TeilnehmerInnen bei dem Workshop mitgenommen haben, das hört ihr jetzt. Das Beste, was ich aus ihrem Workshop mitnehmen konnte, war, dass ich nicht unbedingt Investment brauche, weil gefühlt halt alle sagen, du brauchst Investment. Und ich habe das einfach übernommen, dass ich eben wirklich schauen kann, und dann so weit wie möglich kann ich bootstrappen, also kann ich mit eigenen Mitteln daran arbeiten und lohnt es sich, einen Investor reinzuholen und stelle dir die richtigen Fragen, um zu entscheiden, ob du einen brauchst. Ich fand es sehr spannend, das Thema Personal Brand, also zu überlegen, wie möchte ich auftreten nach außen, was gehört zu meiner Marke, dass sie auch authentisch ist und welche Teile von mir möchte ich vielleicht auch nicht präsentieren. Überraschend fand ich auch die Offenheit von Anastasia, dass ganz viele Punkte natürlich auch sehr kritisch betrachtet werden müssen, wenn man Investment aufnimmt. Und ich glaube, das sind einfach diese Themen, die gilt es zu analysieren und für sich zu entscheiden. Morgen ist Freitag, thank God it's Friday, der letzte Workshop-Tag. Und da müssen wir auf jeden Fall noch mal einiges schaffen, bevor es dann ins Wochenende geht. Wir haben gutes Wetter vorausgesagt und es werden uns auch einige Abenteuer erwarten. Wetter vorausgesagt und es werden uns auch einige Abenteuer.